Jane Hardy zieht nach ihrer Scheidung in das Haus ihrer längst verstorbenen Tante. Doch in dem Ort wird sie ganz und gar nicht mit offenen Armen empfangen. Offenbar kam es auf dem Weg zum Begräbnis ihrer Tante zu einem Unglück. Wie ich es Ihnen versprochen habe, alles noch genauso wie früher. Haben Sie vorher länger hier zu bleiben? Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen, aber vielleicht den Sommer über. Über den Sommer, da haben Sie wirklich recht. Übrigens habe ich Sie schon gesehen, heute Morgen beim Jogging auf der Straße. Ihr hübsches Gesicht ist mir gleich aufgefallen. Könnte die verstorbene Tante etwa eine Hexe gewesen sein, die den Ort mit Teufelsanbetungen verflucht hat? Ich will wissen, was Sie wollen! Machen Sie, dass Sie wegkommen! Verschwinden Sie von meinem Grundstück! Amerikanischer Haunted House Horror von 1980 mit Trish Van Deverry, Christopher McDonald und Joseph Cotton in einem Film von Regisseur George Barras. Der Leichenwagen.